Eine wunderschöne gute Hallo und Willkommen zurück zu FTP Infinity Evolved Ja und der Dosh ist da hinten immer noch am abbauen Ja grüezi Ja grüezi, grüezi miteinander Also soll man mal was zu dem Neuen sagen? Ähm, steht das ein bisschen fest oder? Also, ja gut, ne eigentlich noch nicht Ja super, ja ok, dann lass uns auf jeden Fall schon mal was sagen Ja, gell? Also, es hat sich noch ein anderer gemeldet, der gerne hier mitmachen würde Und wir stehen auch in engen Kontakt Er ist jetzt nur gerade im Ausland unterwegs Also hier in Deutschland Und ja, wird dann hoffentlich demnächst dann zu uns treffen Zu uns stoßen, so besser gesagt Ja Schauen wir mal, was es gibt, ne? Aber da wird es dann auf jeden Fall nochmal so eine Sondersendung geben So eine Sonderfolge, wo er dann auch ordentlich vorgestellt wird Und, äh, hast du nicht gesehen Jawoll Hey, das sieht aus wie beim Spawn hier Äh Ich weiß, ob mir einfällt, wen wir auch nochmal fragen könnten vielleicht Wen? Tobi, wegen dem Stream-Projekt Hat er doch gesagt Wegen dem Stream-Projekt? Ja, dann könnte er das Projekt ja hier streamen Boah, wie er will Ne, der hat doch schon das Omega Das ist doch das gleiche Modpack Also stimmt, ja Das ist doch das gleiche Modpack Habe ich ihn jetzt schon wieder eingesammelt, Mensch Seeds Ja, ganz toll Hier ist ein Wabertree Ja Also ich würde sagen, wir gehen aus dem Wald raus Ja, ich würde einfach mal so quer durchgehen Ja, oder so Weil der Spawn ist das ja total Bitte was? Spawn kann das ja hier nicht sein Ne, der ist viel zu weit weg Ich habe eben nochmal geguckt Uh, hier sind Extreme Hills Oh ja Emeralds Kühe Kühe Hallo Kühe Ach, die rennt schon weg Die hat schon recht Der Typ schon wieder Ja Ich glaube, die setzt sich irgendwann mal so in Spawner rein mit einer Kuh Kannst es gerne machen, ja Jeder kann man immer gebrauchen Oh, da hinten ist äh Na, sag es mir doch Wie heißt Ja Eukalyptus glaube ich Ist das Ja, das ist ein Eukalyptus Ja, gell? Habe ich mir auch gedacht Hm, könnte aber auch Eukalyptus sein Oder Was es vielleicht auch sein könnte Wäre Eukalyptus Oh, Kühe Hallo Kühe Ja, 25 Level Geil Ja, die habe ich dann alles gleich auch Ich glaube, ich habe allein 10 Level gemacht durch Kühe Schlachten Ne, so viel waren es nicht, aber Kriegst ja nichts, ne? Hallo Goblin Bleib bloß weg Ich hau dich Was ist mit dir los? Ach du Scheiße Ach Gott, wie geil Ja Ey, aber du weißt, ne, in der Wohnung sind Haus hier auf dem Boden Mein Haus, meine Regeln Ach ja, ist ja gut Ist ja gut Ja, ja Eukalyptus, haben wir da schon irgendwas nie, ne? Ne Brauchen wir mal was? Ja Können wir mitnehmen, ne? Ja, kann man machen Ähm Klaus? Ja, hier Hier ist ein Totem Was ist denn das jetzt? Warum habe ich denn jetzt Hunger, wenn ich Hühnchen esse? Ähm Bei Hühnchen besteht doch die Gefahr, dass man Hunger kriegen kann oder sogar vergiftet wird Ah, cool Ich hab Hunger Brauchst du noch was zu essen oder was? Nö, 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 nö Ich hab jetzt bloß den Effekthunger Aber die Keulen sind alle da Okay Ich schau mal, was hier noch so ist, ne? Joa, mach das Ich gucke mal, dass ich hier den Baum klein krieg Viel Erfolg Ja, danke Hab ich nämlich gern ein Set-Sling Ich ab da mal gerade Joa, mach das Bin ich eh grad beschäftigt Nein Ach toll, runtergefallen No Ill воды, hier ist das end Was? Nein Boah, Alter So, jetzt werd ich auchvideo 25 Ja, cool. So, der ist weg. Aber Ant, würde ich sagen, machen wir später noch auf jeden Fall zusammen. Ja, das auf jeden Fall. Sowas musst du auf jeden Fall zusammen machen. Wobei ich ja schon noch große Pläne habe mit dem Ant. Okay. Willst du schon was verraten oder eher noch nicht? Ja, komm. Ich will später mal das Ant komplett abbauen mit der Enderquery. Das Ende abbauen? Ja. Okay. Das ist immer... Hier ist ein PC drauf. Ja, geil. Dies war sogar wirklich. Also kein Roll. Lol, die haben hier Dächer aus Eukalyptus. Ach, das ist so ein... So ein... Bergauf. Nee, nee, nee. So ein spezieller Villager. Nein, nein. Die haben hier alle so Eukalyptus. Oh, okay. So, ich habe jetzt... Ich habe noch zwei Platz. Ich habe noch zwei Platz. Ich habe noch zwei Platz. alter da bist du sogar in die richtige richtung was mensch ach da ist es cool oh jetzt kann ich wieder was machen Alter Mann erschreckt mich doch nicht so weißt du ich sehe hier nur ne Blume du willst gucken was das ist und auf einmal kriege ich von dir den Whizzer Effekt das ist ja cool Alter willst du mich verarschen ein Emerald für 32 Wunden Planks Wunden Planks? Welcher? äh Padauk Da ist ein Villager gefangen in der Schmelze komm ich lass dich mal raus ja ihr habt ja hier eine richtige Premium Position gefunden aber dann können wir die Schmelze übrigens auch mal richtig umbauen jo nimmst du die Blöcke mit? ja ja ich bin ja schon dabei muss auch mal aussortieren was wir jetzt da noch rauswerfen können das ist echt cool hier mit dem anderen Holz ja das sieht echt gerne aus hier liegen so viele Blumen rum hm du 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 so ein Vazeng können wir noch mitnehmen oder? Vazeng Vazeng eigentlich auch Lillipads ähm die würde ich gerne mitnehmen die brauchen wir vielleicht Cotton haben wir eigentlich auch ach komm weg damit ach so warte mal Kiwi haben wir auch schon also ja wahrscheinlich unter uns irgendwo ja aber wie haben wir alle gelernt durch den Minecraft Story Mode und damit können den Vedder abbauen ich hab den nicht ganz geguckt die erste Episode oder sowas gesehen ja der Story Mode Story ja der Rest ist aber scheiße wenn ich ehrlich da ist ein Baum drin gewachsen super manchmal denke ich mir auch Minecraft was ist mit dir nicht richtig nochmal hier Haus ohne Tür die verdammte Tür hier irgendwo hier das sieht mal richtig geil aus Treated Wood Planks oh das ist ein Immersive Haus wie geil ist das denn ein E-Mail oh geil eine Laterne nehm ich gleich mit ja ich hab noch Platz genau was ist das Wooden Storage Create Crate das sind Kisten echt ja okay ich mach einfach mal eine mit da muss auch noch was Zeug drin sein da hat jetzt nichts gedroppt glaube ich dann stell dir mal hin dann auf jeden Fall sollte da was drin sein ah cool das behält sein Inventar ja das ist richtig geil da brauchst du nämlich gar keinen Rucksack boah eh das bringt mich gerade mal auf eine richtig gute Idee das da ja geil da kannst du das Zeug reinpacken mir ist das aufgefallen hier das Dorf hat ja besteht aus Jacaranda Wood ja weißt was das ist wir kommen gleich in ein neues Biom da wachsen diese Jacarandas ah cool ich dachte das wäre jetzt alles Eukalyptus nee Jacaranda so haben wir sonst noch irgendwas interessantes hier ähm an sich ist hier nur noch ein äh Imker aber Alter was ist das denn Dimensional Cross 2 Block RF Tools guck mal her ah ich glaube ich weiß wo du warst hier hallo ja Alter das ist mal geil das ist ein Sequencer ok mitnehmen boah ey sag mal du kommst immer auf die Seite wo ich denn gerade bin nee soll ich dir auch mal so eine so eine Chess geben ja das wäre nicht schlecht ja hier bitte also wie gesagt die ganze hinstellen und Zeug reinpacken und dann wieder mitnehmen kannst du einfach normal abbauen richtig geil mhm oh ah ich glaube jetzt weiß ich was du gemeint hast mit dem Männchen da mit dem ähm ja Strohmännchen von Klaus ja hier komm ich mal an das ist doch schon ein Zaubererwut oh geil 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 ein Taumonomikon ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen Taumonomikon ja schön danke ja da hinten ist noch eine Büscherei da habe ich noch ein paar Sachen gefunden ah cool Geronimo was Geronimo ja das ist sich besser von ja ok ja lassen wir es besser oh hier jetzt kann man mit also wohin denn oh man ne da ist er siehst du hier an der Ecke diese Blume ja die hat mir den Wizzereffekt verpasst Deathbloom ok cool ok ok praktisch schnell weg hallo warte mal habe ich äh ich glaube ich habe irgendwelche Blöcke die ich zum Bauen benutzen kann gell boah hier guck mal da boah das ist eigentlich voll einfach die dieses äh tweeted äh diese Wundcrate herzustellen ja habe ich mir ja noch gar nicht das Rezept angeguckt ok nimm wir mal noch ein paar Bücher mit das ist einfach 8 mal mit diesen tweeted Wood Planks ah cool ja ja gut aber brauchst du erstmal noch den 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 komischen ähm das Kreosort ja genau das Kreosort ja gut das ist eigentlich auch nicht so schwierig finde ich jo oh hier habe ich noch ne Bibliothek cool und du für eine ich glaube ich gehe mal zu einem Heimann und baue das Hei ab wo ich habe ein Glas kaputt gemacht so ein Ärger echt mal hm so dann kannst du ja nicht mitbekommen dass ich das gerade eben war ja das kann auch sein ne weißt du ich kann es doch gerade genau sein nehmen ich schlage ein Glas ein oh ich habe ein Glas kaputt gemacht ja mpht hätte das sein können nimm ich ja oh hier stirbt ein Villager ich weiß auch nicht wo jetzt stirbt er noch schneller ja dann sterb halt das ist für mich jetzt auch irgendwie pumpe ja alter was ist denn mit dem nicht richtig alles da ist er gesp... egal so und hast du was gefunden? ja ja ich habe den Heimann abgebaut und da runter ist jemand ein Spawner ja genau deswegen habe ich gefragt also wir haben jetzt 20 Heuweilen ja cool und ich habe noch Kühe gefunden du brauchst immer noch Leder ne? ja du weißt du weißt auch Pferde geben auch Leder ja aber ich möchte keine Pferde töten du hast ja einen schicken Hut eigentlich nicht aber egal ich versuche mal zu pennen ne geht nicht okay dann eben nichts na komm 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 her Elsa komm her ja brav ey das Fleisch nehme ich auch mit komm du Kuh auch noch hallo net wegrennen du kannst mir eh nicht entfliehen entkommen eigentlich aber egal kann ich jetzt? ja jetzt kann ich was denn okay hier sind auch noch jede Menge Bücher von Bücher die nehme ich auf jeden Fall alle mit hm 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 mach das kannst du dich dann gerne mit dem Mod beschäftigen ja ach warte mal da hatte ich alles drin gell ja wo bist denn du? ich bin äh woanders ja das von mir sagt ich soll mal genauere Angaben machen ja klar oh 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 so Alter mein Schwert ist gleich kaputt ist ja krass ok ich glaube ich brauche besseres Werkzeug ja ich habe hier noch so ein Saphierschwert das ist halt noch was aus ja meins hat gerade noch mal noch 16 Durability hm naja ich glaube wir sollten noch mal da rüber gehen oder? wo denn? also ja ja was können wir denn tun? und nicht nach rechts schauen ach wie viel habe ich denn jetzt wie viel Leder? lass ich mal gucken 34 äh das reicht erstmal Gott sei Dank dann kannst du noch rechts schauen ja hallo Kühe ihr werdet heute verschont haha ja der hat nur die andere in eurer Familie und Freunde und so weiter abgeschoppt ja genau ja genau das wird wohl das ja verdammt was das ist Potzol das kannst du aber nur mit Silk Touch abbauen kannste Potzol nicht herstellen? stimmt ja aber warum willst du es herstellen wenn du es jetzt hier haben könntest? ja ja da ist ein Loch oh ich habe eine Spinne was hast denn du jetzt für die Dinge auf? ja geil okay hallo oh guck mal nee den möchte ich nicht den Hut möchte ich nicht aber ist die Panda hier? ja nee wieso solltest du eigentlich auch wissen erinnert es irgendwie an schlechte Tage? n bisschen ja hm was haben wir denn hier? wo da ist das ja geil geil wo bist du? ich bin über dem Berg hast du das gesehen? da hinten ein äh Biom von Zomcraft ach hier so ein Magic Forest? ja genau danke mir ist da gerade der Name nicht eingefallen kann ich mir den oh ja da kann ich mir nämlich dann auch da noch ein paar Setzlinge holen und sowas verstehst du? jo jo so Setzlinge für Sand hm ja 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 geil 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 oh guck mal hier Mossy Stone ja kann man eigentlich auch gleich mitnehmen für Mossballs warte mal Mossy Stone konntest du auch herstellen ja über den Chisel ja aber das ist ein bisschen naja weiß nicht oder halt einfach einen Wassereimer und einen Beat ja das geht auch dann kriegst du sieben auf einmal da ist er da ist er das ist ein Great Wood Alter hier haben echt ein paar Great Wood ja wir brauchen auch Great Wood hier drinnen ist auch ein Silver Wood Bau ab Bau ab Bau ab nein unbedingt versuch mal hier den Great Wood abzubauen oh da ist er auch noch ein Silver Wood cool ja ja hier sind einige ich hoffe nur dass ich das irgendwo hinkriege hier mit dem Ding wäre natürlich mit so einer großen Axt von Tingers Construct besser gewesen ja die Lampe ja genau wie seht schon kommt du 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 was denn ich werde halt irgendeine Lampe Exe so jetzt wird hier im Wald gerodet oh oh ach verdammt also es geht noch weiter also es geht noch weiter ne ne ich habe mich bloß falsch hoch gebaut äh geschlagen irgendwie so der ist dann doch ein bisschen größer als gedacht ich habe sowas noch nie mit einer normalen Axt abgebaut und dann meist immer noch mit Lampe Exe ich habe mich dann doch da ein bisschen verschätzt ja ich glaube das habe ich jetzt auch weißt du Alter wie hoch ist denn der noch jetzt hast du heute schon mal meine Axt ist gleich kaputt da oben ist Gott sei Dank Ende also der Silberwut ist gleich komplett weg ja die Silberwut sind auch ein bisschen kleiner hä ich habe nur Gia bekommen verdammt meine Axt ist kaputt oh mein Gott was denn ich habe was gefunden was denn sag ich jetzt gleich wo ist er da ist er hallo was hast du denn gefunden Enderlilyseeds ach wie geil hier war ein Spinnenbaum ach wie cool fünf Stück wow das ist ja mal genial ja richtig cool ach ja da so ein Spinnenbaum weiss ich war ja nur grad ganz gemütlich am Abbauern auf einmal sehe ich da nur so eine Spinne rumlaufen ja wo kommt denn die dann sehe ich die Spinnenweben cool ja geil so irgendwie droppt hier aber kein Setztenk Enderpearl Dust haben wir noch garlik ne brauchen wir nicht was droppt hier nicht? so ein Setztenk von dem Silberwut ja das dauert da ist gar keiner es kann auch sein dass da überhaupt gar keiner kommt weil die kommen sehr sehr selten ok aber meine Axt ist immer noch kaputt aber die Folge hat es auch hinter sich gut ja gut ich werde mir jetzt eine neue Axt holen und dann vielleicht noch hier den Greatwoods abholzen wie sieht das aus? du brauchst noch ein neues Schwert, ne? ähm ja demnächst ja wir müssen sie Ender haben weil ich hab ja noch zwei Reiter Reiter Axt hier dann kannst du ja daraus ein Ender machen boah gerne Mana Bean da noch da noch geil cool also ich hab schon die Befürchtung dass du mich hier gleich weg ziehst ach Quatsch ne so aber in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen gehabt euch wohl haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal tschüss tschüss